Musik Kollege, kannst du da mal hin auf dem Bild gehen? Ja, ja. Sind die Hände unten im Hintergrund? Sind die Gesunde, sind die Kinder bereit? Zweieinhalb Millionen Hände mit all den Botschaften, das werde ich wahrscheinlich heute nicht schaffen, die komplett zu lesen, aber die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen. Und ich kann euch versichern, dass Kinder- und Müttergesundheit, das ist ja die Grundlage auch für ein selbstbestimmtes Leben, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, obwohl es als der am schlechtesten erreichten Millennium-Entwicklungsziel ist. Die Frau Bundeskanzlerin hat beim G8-Gipfel in Muskoka, das ist in Panama, zusätzlich nochmal 400 Millionen Euro zugesagt, die wir für Mütter- und Kindergesundheit, beides, was wir zusammenreden, einsetzen wollen, über fünf Jahre insgesamt, damit wir hier noch zu besseren Ergebnissen kommen. Und deshalb allen Dingen, die das unterstützt haben, auch natürlich World Vision ganz besonders, aber auf dem Schnitt, und all denen, die die Kinder dabei gebleibt haben, auch vielen Dank. Wir haben in der Tat ja zweieinhalb Millionen Hände weltweit gesammelt. Da haben Kinder mitgemacht, wie ihr aus der Arche Grundschule, die haben gemalt, die haben geschrieben. Ein lustiges, ist mir so in Erinnerung geblieben, Sie können sich das gleich ja mal angucken, da wurde nochmal ein schlafender Mensch gezeigt, das sollte ein Politiker sein, wacht auf und tut was. Also, Sie sehen ganz unterschiedlich aus... Ich bin heute Morgen um fünf aufgestanden. Wunderbar. Und bei uns zu sein, bei den Schülern. Absolut. Also es haben viele mitgemacht, haben ihre Hand gehoben. Es gab Aktionen in Indonesien zum Beispiel, da hat mit dem Gesundheitsminister im Land ein Flashmob stattgefunden. Und 8.000 haben landesweit mitgemacht. In Afghanistan hat der Gesundheitsmanager von World Vision, also der sich um die Themen der Gesundheit kümmert, hat Leute fotografiert, wie sie bei ihrer normalen Arbeit eine Friseurin oder einen Metzger, wie sie bei der Arbeit einfach die Hand heben. Also in Alltagssituationen. Und da haben auch Hunderte mitgemacht. Und ich denke an eine Aktion vor wenigen Wochen noch bei uns, wo Politik auf die Hände gehoben hat. Der Landtag in Hessen hat mitgemacht, da sehen Sie auch Bilder hier vorne drauf, wie die Politiker aus dem Landtag die Hand hochgehoben haben und sich für Kindergesundheit eingesetzt haben. All das ist wichtig. Und all das sind deutliche Zeichen, weil wir uns einsetzen wollen, um Kindern eine sichere Zukunft zu geben. Und Luca Söring setzt sich seit vielen Jahren als unsere Jugendbotschafterin dafür ein, als eine von vielen. Und sie hat auch eine Hand mitgebracht. Luca. Und dabei haben wir unsere Wünsche auf diese Hand geschrieben. Da steht unter anderem drauf, dass wir nicht länger hinnehmen wollen, dass Kinder an vermeidbaren Krankheiten sterben, nur weil eine grundlegende Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet ist. Und weil wir wollen, dass diese Wünsche hier auch in Erfüllung gehen, freue ich mich sehr, heute hier sein zu dürfen und diese Hand Ihnen, Herr Nibel, überreichen zu können und Sie darum zu bitten, den Fokus mehr auf Kinder und Mittel zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.